Moin Moin zu Geeks-Sprech, Folge 51. Mein Name ist Alex und bei mir ist hier immer der Erik. Moin Erik. Moin Alex und herzlich willkommen zurück in diesem wunderbaren Podcast. Und weil wir ja wissen, so wie das Jahr anfängt, sollte das Jahr auch enden, nämlich mit guten Vorsätzen, haben wir uns zum guten Vorsatz gemacht, den Kollegen von Hairless in the Cloud nochmal ein paar Geeks zu verschaffen. Noch mal eine Chance zu geben. Noch mal eine Chance zu geben. Das auch, das auch. Und deswegen ja, herzlich willkommen, Marco und Jan. Grüß Gott. Grüß Gott, auch von den Hairless-Kollegen. Wir haben euch ja ein bisschen gepasht dieses Jahr. Seid ihr uns böse? Ja, wir haben ja zurückgepasht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt mitgekriegt habt. In welcher der folgenden? Es waren zu viele. Wir kommen mit dem Hören nicht mehr nach. Was, was, was? Wir kommen mit dem Hören nicht mehr nach. Ja, richtig. Das ist viel zu anstrengend. Ja, da können wir euch mal das als Aufgabe geben, vielleicht jetzt für die kommenden ruhigeren Tage über Weihnachten. Hört mal ein bisschen nach. Da gibt es eine Folge, da seid ihr sogar Teil der Folge. Ja, sehr schön. Aber eben mal ganz kurz die Frage. Was sind denn bitte die ruhigeren Tage? Also wenn ich an Weihnachten denke, dann ist das Stress, Aufregung und purer Aufwand. Wie ist das bei euch? Dann kochen die ja nicht. Das ist nur das Einkaufen stressig, oder? Der Rest ist ja dann in Quarantäne. Ja, aber kochen und so musst du ja trotzdem nicht wollen. Das Schlimme ist, die sind ja alle zu Hause. Mich nervt das ja jetzt schon, dass meine Kinder im Homeschooling sind und jeden Tag Mittagessen wollen. Das ist schon ziemlich anstrengend. Die Termine werden ja weniger jetzt irgendwie so, zumindest bei mir, wie es bei euch aussieht. Von daher wird es schon ein bisschen ruhiger. Du hast schon recht, zu Hause wird es ein bisschen lauter. Das kriege ich auch mit. Ich habe jetzt gesagt, wir machen jetzt Podcast. Bitte mal im Zimmer bleiben und nur da schreien. Aber insgesamt wird es, glaube ich, schon ein bisschen ruhiger werden. Ein Channel, wer jetzt sagen würde, was sagt deine Frau sonst so dazu? That's going on that route. Okay, wir haben ein spannendes Vorhaben für diesmal. Wir machen quasi nicht so die übliche Podcast-Folge mit lustig schnacken und erzählen, wie es uns so erging. Und wir könnten jetzt noch ein bisschen rumbärmeln, wie Corona unser Leben verändert hat. Und das wollen wir aber gar nicht machen, sondern ihr hattet eine ganz tolle Idee, Jungs. Erzählt mal, was machen wir heute? Ja, also jetzt wird es ernst. Genau, der Spaß hat heute wirklich gar keinen Platz im Podcast. Heute geht es um die Wurst. Wir spielen so ein technisches Tabu zusammen mit euch. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld alle miteinander Begriffe überlegt. Helles in the Cloud spielt gegen Geek-Sprech. Und sowohl der Erik muss dem Alex fünf Begriffe erklären, ohne dabei jeweils fünf andere Begriffe zu erwähnen, die wir vorher definiert haben. und der Alex muss die erraten und umgekehrt genauso. Alex muss dann anschließend dem Erik erklären und bei uns ist das Gleiche auch nochmal. Das heißt also, wir haben insgesamt 20 Begriffe, wenn ich richtig gerechnet habe, Marco. Hast du sehr gut gerechnet? Aber wir dürfen einmal skippen, war die Ausabredung, oder? Ja, wir haben uns sogar sechs Begriffe pro Person überlegt, weil einmal geskippt werden kann, richtig. Also ihr habt euch sechs Begriffe überlegt. Wir haben uns nur fünf Begriffe überlegt, weil ich dachte, wir müssen vier erraten. Das geht schon gut los. Abbruch vorbei. Ja gut, dann würde ich sagen, dann dürfen wir halt nicht skippen, oder? Scheiße. Ja, das ist auch okay. Okay, also fünf Begriffe müssen erraten werden. Unsere sind auch nicht so gemein. Ich muss bestimmt gleich wieder hier Escher Stack oder sowas erklären, weil ich würde überhaupt nicht hier... Wir haben heute Morgen schon oder gestern Abend noch... Wir haben tatsächlich gestern Abend noch einen gestrichen, weil wir gedachten, das ist zu gemein. Wir haben vorhin welche gestrichen, wo wir uns dachten, die sind zu einfach. Aber okay. Solange man uns keine Rechenaufgaben stellt, sind wir safe. Nee, nee, nee. Das ist doch nicht, Marco. Genau. Was sind drei Office 365 Lizenzen plus zwei Azure Subscriptions? Ja, also einmal Google. Jedenfalls, ihr fragt euch wahrscheinlich, liebe Zuhörer, wie wir das dann jetzt machen, wie wir das umsetzen. Wir haben uns das folgendermaßen überlegt. Marco und ich teilen uns ja jetzt die Begriffe, die wir für Erik und Alex vorbereitet haben. Und wir werden jetzt jeweils dem Erik oder dem Alex einen Begriff mit den zugehörigen Tabu-Begriffen per Chat zusenden. Und dann haben wir wie viele Minuten Zeit, Alex? Ich würde sagen, der Podcast sollte nicht länger als eine Stunde gehen. Bei 20 Begriffen maximal drei Minuten pro Begriff. Also sagen wir mal zwei Minuten, weil wir noch ein bisschen gequatschen links und rechts haben. Das weiß jetzt natürlich keiner mehr. Wer hat es doch mal ausgerechnet? Wer hat es mal ausgerechnet? Ich glaube, es waren maximal zwei Minuten pro Begriff. Also wir gucken da ein bisschen auf die Uhr und achten natürlich darauf, dass weder der Begriff oder Ähnliches oder auch andere Sprachen oder so was oder Abwandlungen der Tabu-Begriffe verwendet werden. Sonst ist der Begriff natürlich verloren. Jawohl. Und wir machen das dann so während der Aufzeichnung. Können wir natürlich nicht laut dem Begriff sagen, so dass ihr als Zuhörer das mitbekommt, sondern wir blenden euch das dann immer kurz vorher ein. Was ist das zu erratende Wort? Und dann könnt ihr euch freuen und darüber beäumeln, wie wir uns nicht hinkriegen, diese Begriffe zu erklären. Viel Spaß, wenn euer Podcast-Client das mitkriegt. Aber ich fand es von dem Erklären erstmal ganz gut. Es klingt gut. Wir basteln irgendwas. Ich habe mir nebenbei eine Stoppuhr aufgemacht. Ich stoppe auf zwei Minuten. Das hat mir in den ganzen Geek-Sprech-Podcasts tatsächlich gefehlt. Weißt du, diese qualitativen Zwischenrufe. Das war jetzt aber so ein Seitenlieb darauf, dass Alex immer nicht da war, oder? War er nicht da? Also ich habe zwei Podcasts von euch gehört, er war dabei. Ja? Meinen Sie die Anfang des Jahres? Dann hast du ja 50 Prozent gehört. Sehr gut, komm, wir wollten nicht in Mathe abdriften. Okay, also ich würde sagen, wir schicken Jan den ersten Begriff. Jan muss erklären, Marco muss erraten. Wir freuen uns drüber und danach schickt ihr einem von uns den ersten Begriff. Und so geht das Ganze immer nur nachher. Jetzt nur nicht in den Gruppen-Chat pasten, sondern in den Einzel-Chat. Keine Sorge, keine Sorge. Kein Problem. Der erste Begriff ist Auto. Okay. Das war vorhin unser Testbegriff. Alex, verrate den nicht. Ach so. Jetzt wissen die Leute noch, wie wir uns vorbereitet haben. Okay, erster Begriff an Jan kommt hier per Chat. Du musst ein bisschen warten, ich habe eine gewisse Latenz. Anne, er ist schon da, alles klar. Okay. Marco, das ist deine absolute Lieblingsanwendung. Teams. Immer. Es war ein bisschen früher, wir haben uns da gleich am Anfang, als es rauskam, gefragt, braucht es das jetzt in unserem Universum tatsächlich noch? Aber ich war eigentlich davon überzeugt und wir haben es dann auch privat genutzt. Darf ich schon sagen? Ja, natürlich. Kai Sala. Yeah. Nach 23 Sekunden. Das würde mir total interessieren, wie ihr auf den Begriff gekommen seid. Das ist doch gar nicht eure Domäne. Wir haben kurz überlegt, wovon haben wir gar keine Ahnung. Ja. Das hat Alex bisher Kai Sala. Meine Hoffnung war wieder, dass mir irgendjemand erklärt, was das soll. Ich habe jetzt noch Zeit. Ich könnte jetzt ganz kurz ausholen. Wo stehen wir denn so mit Kai Sala? Ist das doch ein Ding? Eine Minute Kai Sala, los geht's. Deprecated, deprecated. Wir kriegen die Funktionen in Teams, genau, sollte eigentlich wie fast alles Ende 2020 abgeschaltet sein. Aber da kam dieser kleine Virus dazu. Deswegen läuft ja jetzt alles noch länger. Aber Kai Sala ist tot. Lange lebe Teams. War ein Chatprodukt. Wurde viel bei Firstline Workers verwendet. Und wir haben da eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich suche euch die mal raus und packe die in die Shownotes. Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Sehr schön. Wer möchte bei euch anfangen? Schick mal dem Alex zuerst, damit er auch mal wieder was arbeitet. Marco, machst du oder? Ja, kann ich machen. Das heißt, das muss ich dem Eric schicken. Alex soll raten, ja? Ja, ist okay. Alex soll raten. Ja, ist easy. Das ist kein Microsoft-Produkt. Nicht? Ich dachte, das ist Teil einer Suite. Bei Microsoft sagt alles Teil einer Suite. Oh, okay. Das hast du schon verratzt. Das ist echt gemein. Ja, Alex, ich drücke mal auf die Stoffe. Wir gucken mal, was das wird. Okay, dein Computer, der hat eine Adresse, mit dem er kommunizieren kann. Das ist einer. Was für eine Adresse? IP-Adresse. Genau. Und wenn das aber die von deinem Computer selbst ist und nicht irgendwo extern, dann ist das der? Localhost. Drücke schneller als kein Sander. 15 Sekunden. Sehr, sehr gut. Sehr gut erklärt. Müssen wir jetzt auch noch zu Localhost ausholen oder glauben wir, dass unsere Zuhörer wissen, was Localhost ist? Ich habe heute gelernt, was Localhost auf Russisch heißt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich kann es nicht wiedergeben, aber ich habe es mal gesehen. Nee, aber ich habe es mal gesehen. Localhost, ja genau. Der Sami, der erzählt auch immer, was Lokaler Administrator auf Finnisch heißt. Ja. Ich glaube, er sagt ja irgendwas anderes. Sami sagt immer irgendwas anderes. Und die Leute freuen sich einfach, weil es Sami ist. Ich habe jetzt neulich gesehen auf seiner Twitter-Line, dass er Nummer 8 der Top-Influencer in Finnland ist. What the fuck, oder? Ja, gut, aber vielleicht gibt es halt nur 10 Influencer. Auf Platz 9 kommen Eisbären. Oha, this is going to end quickly. Okay, ich schicke den nächsten Begriff an Marco. Und Marco muss Jan erklären, oder? Doch. So, so wäre es jetzt. Ja, ja. Du hast recht. Ja, ja. Doch. Was denn? Doch. Doch. Genau. Okay, Begriff. Merkst du, dass das einfach nur Abbringetaktik ist, was die da machen? Natürlich. Warten mal. Ich habe noch gar nicht geschickt. Weißt du? Ich habe auch schon überlegt, ob sich in meiner Brille eventuell die Begriffe spiegeln. Also Jan, das ist eigentlich ganz einfach, wenn wir anfangen. Unser Chef läuft immer rum und sagt immer, dass man so ein Ding irgendwo kaufen kann und dann im entsprechenden Starbucks aufsetzen kann. Was setzt man da auf? Ein Computer. Ein Computer. Genau. So, und jetzt gibt es die nicht im Starbucks, sondern woanders? Beim Media Markt. Genau. Genau. Und wenn du das Gerät dann quasi dort holst. Fehler. Gerät. Gerät ist einer der Begriffe, den du nicht benutzen darfst. Ah. Aber ich habe es schon Computer gesagt. Ja, deswegen dachte ich, aber tatsächlich ist Gerät etwas anderes. Nein, nein, nein. Nein, nein. Da kommen wir nicht raus. Bring your own device. Da wollte ich drauf hin. Aber da hat er mich reingelegt. Ja, ja, ja. Da hat er dich nicht reingelegt. Da hast du nicht auf die Begriffe geguckt. So, also es steht immer noch 1,1. Ich zähle mal mit. Es steht immer noch 1,1. Genau. Es ist gut, dass du unsere Mathe machst. Nächster Begriff geht an Alex und er muss mir was erklären. Jetzt bin ich gespannt. Marco schickst du, ja? Ja, genau. So, den haben wir uns gestern Abend ganz frisch noch ausgedacht, weil der andere illegal war. Uah. Das ist eine Denkphase von Alex gerade. Das hört man leider nicht klacken. Das war wieder das, ne? Zwischen Weihnachten und Silvester, Erik, findet doch häufig was statt? Maintenance? Sehr gut. Und in Leipzig konkret? Ach, CCC. Chaos Computer Club treffen. Ach, ich sehe es einen Eingeschwischt. Die müssen sich nur zweimal im Jahr sehen. Ja, aber wir haben halt so einen Bond. Das läuft schon bei uns. Und werdet ihr dieses Jahr am virtuellen Event teilnehmen? Ja. Habt ihr ein Ticket, oder? Wir haben es mit dem Team geplant. Also wir jetzt. Also haben es mit dem Team geplant. Wir haben Ticket und Zweck sogar. Wir haben uns T-Shirts gekauft. Die sehen ganz cool aus, habe ich gesehen. Ja, die sehen ganz gut aus. Ich habe ja zufällig den Pulli von letztes Jahr an. Ganz zufällig? Ich tatsächlich nicht. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nach diesem Jahr etwas müde der Online-Meetings und Online-Konferenzen. Ich genieße jetzt einfach mal zwei Wochen digitale Pause. Also das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Macht ihr, Jan? Du, Jan? Ach du, ich bin gerade auch noch ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ich werde schon mal reingucken. Es ist so, dass man nicht unbedingt ein Ticket braucht dieses Jahr. Du kannst ja einfach Stripping so einschalten. Und ich werde schon mal reingucken, klar. Aber ich werde mich auch ein bisschen ausruhen jetzt über dir. Ich höre mir dann einfach unseren Podcast am 01.01. an, den wir dazu machen werden, Jan. Und dann bin ich auch informiert. Schleichwerbung. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nächster Begriff an Jan, oder? Ja, genau. Und Marco muss erklären. Hier kam es, du, Begriff. Oder? Ich habe es doch gerade verkackt. Du musst es dem Jan schicken. Na, sag ich doch. Ich schicke den an Jan und du musst es erraten. Ich habe erklären gesagt, du musst es erraten. Ja, entschuldige. Genau. So, Begriff kommt on the fly. Ja. Das ist immer besser. Das ist immer besser. Wir waren so kreativ. Ja. So. Man könnte sagen, das ist eine digitale Begrüßung, Markus. Marco. Eine digitale Begrüßung aus dem Hause Microsoft. Autopilot ESP. Ja, Autopilot ESP ist ja sehr selten. Aber diese digitale Begrüßung, die findet häufig statt. Bis täglich. Die OOBE. Nein, die häufig Begrüßung. Windows Spotlight. Na ja, was passiert denn, wenn du dein Gerät startest? Da kommt das Windows-Logo. Ja, und anschließend, was musst du dann tun? Ich muss mich anmelden mit Hello for Business. Wie? Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Das zählt, ja. Sehr gut. Windows Hello. Windows Hello war das. Windows Hello, ah. Ja. Hat tatsächlich eine Minute gedauert. Ja. War aber, glaube ich, auch echt fies. Ich habe mich auch stark konzentriert auf die Begriffe, die ich nicht sagen durfte. Wolltest du den Fehler deines Kompagnons nicht sehen? Aber das ist kein Problem, Jan. Ich kann dein Screenshoting eigentlich ganz gut sehen. Ich lasse dich einfach nur ein bisschen hängen. Oh, das wäre echt fies, ne? Wenn ihr im Hintergrund noch ganz fies, wäre das egal. Das würden wir nicht machen. Nein. Das ist mit dem Gerät verabschied, damit er es uns glaubt. So. So, Moment mal, ich muss mitzählen. Es steht jetzt, glaube ich, 3-2, oder? Es steht jetzt... Nee, es steht noch 2-2. 2-2-1. 2-1. Nee, wir haben schon zwei. Aber wir haben eins verkackt. Ach so, ja, aber wir sind jetzt erst dran. Deswegen steht es gerade 2-2 und wir können jetzt auf 3-2 verabschieden. Das heißt, ich schicke jetzt dem Eric den Begriff für Alex, korrekt? Richtig. Oh, ich möchte gar nicht meinen. Ja. Wir waren auch kreativ. Du hörst doch immer Podcasts mit Alex. Da müsstest du doch wissen, was der Typ den ganzen Tag macht. Oh, fuck. Wir müssen das mal explizit ankreuzen beim Podcast, Marco. Ich habe auch schon fünfmal fuck gesagt. Okay. Hätten wir doch den ersten Begriff nehmen können. Alles gut. Let's go. So, in einem der letzten Podcasts haben wir über Security-Themen gesprochen. Und da hast du in den Titel drei Buchstaben reingeschrieben, die eine Abkürzung sind. Ja, Schummel. Traum. Es ist ein Traum. Ich glaube, man hat es gar nicht verstanden jetzt. Also XDR war das, ja. Jetzt musst du mir aber trotzdem helfen, was ist XDR? Wofür steht es? Das muss der Alex jetzt erklären. Ich habe Kai Sala gemacht. Oder wir wollen wir tauschen. Also, du, das ist relativ einfach, haben wir auch da erklärt. Es kommt eigentlich von EDR, also wofür eben Microsoft Defender for Endpoint steht. Früher hieß das Microsoft Defender ATP. Und wir bekommen immer noch Projektanfragen für Windows Defender ATP. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und das kommt von EDR, Endpoint Detection and Response. Und da das ja natürlich jetzt Cross-Plattform ist, nennt es es XDR. Ist ja, glaube ich, die Begründung, oder? Jan? Ja. So ist es, genau. Also das X steht für die Verbindung, genau, für Cross, für die Verbindung von den ganzen anderen Geschichten, E-Mail und Identity und so weiter. Wir hatten noch nie eine Session mit Microsoft, wo die uns überhaupt Begriffe erklärt haben. Das könnten wir doch auch mal machen, oder? Ja, wir machen einen Podcast zum Microsoft Glossar. Da wirst du nie fertig bei den ganzen Absetzungen. Du kannst auch mal einen Podcast machen über die verschiedenen Microsoft-Portale. Das ist auch so ein Ding, was du nie beenden wirst. Können wir so wie die Fanta 4 rappen. MFB. XDR. XDR. So. Aber gut. Es steht also 2 zu 3. Geeksprechführt mit einem Punkt, weil es der Marco, also. Der Marco hat es für den Gerät versendet. Aber das ist nicht schlimm. Der Marco hat gleich ja nochmal die Möglichkeit, das zu erklären. Marco, diesmal der Tipp. Rechts die Begriffe, die darfst du nicht sagen. Die haben mir sogar geholfen, das zu erklären. Ich klicke mal auf Senden und du fängst mal an. Genau. Aha, okay. Was sollte ein Benutzer auf seiner Maschine nicht sein, Jan? Lokaler Administrator. Genau. Warum sollte er das nicht sein? Weil er dann mehr Rechte hat und möglicherweise in seinem Kontext Malware installiert wird. Genau. Und wenn die Malware jetzt aber kommt und er ist normal, er ist eben, also Administrator hat er gesagt, darf ich sagen. Ja, ja. Er ist jetzt kein lokaler Administrator. Was versucht der Hacker dann eigentlich immer zu erreichen? Eine Privilege Escalation. Sehr gut. Ich möchte nochmal sagen, dass ich normalerweise Modern Coloration mache, nur ab und zu mit dem Podcast. Ja, wir haben ja die Begriffe auch extra so verteilt. Absoluter Zufall, dass du den Begriff bekommen hast. Achso, stimmt. Das war absoluter Zufall. Wir haben das gut raffelt. Wir haben das genauso gemacht. Und ich sehe auch schwarz. Wenn ich jetzt sehe, wie die Jungs drauf sind, wird es bei uns nicht gut enden. Sehr schön. Gebt uns den nächsten Begriff. Wir lösen das ganz schlecht. Genau. Alex erklärt, er regrett wäre das, ne? Ja, ich bin bereit. Ich muss raten. Oh boy. Are you serious? Ach nein. Puh. Ja. Microsoft hat doch ein Cloud-Produkt. Ja, Azure, Office 365. Also Cloud ist schon grenzwertig, aber okay. Okay. Wieso? Ah, da steht nicht Cloud drin. Komm, lass ihn die Jungs. Cloud App Security. Weiter, weiter. Nee, nee. Okay, also Azure hat er gesagt. Und wir hatten noch mal einen Podcast auf der Ignite. Ich habe extra Podcast auf dein Gefühl. Weil ich wusste. Mensch Alex. Ich habe es auch extra untergewischt. Ich kann ja nur was mit Azure Cost Management erfahren, weil ich wusste, da habt ihr schon zu viele Podcasts gemacht. Und ich glaube, auf der Ignite waren, hat er gesagt, boah, jetzt ist der eine Gast nicht aufgetaucht. Jetzt müssen wir schon wieder über Azure Cost Management reden. Oh, das ist doch stark. Oh nein. Alex, du musst auch rechts die Begriffe lesen. Sorry, sorry. Bei uns sind sie untereinander. Das ist das, was den Alex total verwirrt hat. Ach so. Das ist natürlich fies. Das ist natürlich fies. Okay, also es steht 3-3, oder? Wenn ich richtig mitgezählt habe. Oh nein. Der nächste Begriff geht an Jan. Ja. Und du musst wiederum erklären. Marco muss errasen. So, warte, warte, warte. Der ist jetzt tatsächlich im Vergleich zu dem, was ihr uns gerade angetan habt, ein bisschen Low-Level. Aber das ist nicht schlimm. Manchmal sind die ja die schwersten Begriffe, ne? Gerät. Von daher schauen wir mal. Genau. Gerät. Der Begriff kommt hier und viel Spaß. Tink. Start mal hier nebenbei die Uhr. Plump. Okay. Dann sieht nicht unterfordert aus. So ist schwer tatsächlich. Also ich darf auch keinen anderen Begriff dafür verwenden, ne? Nee. Okay. Also, jetzt zu Zeiten von Corona. Virus. Arbeiten natürlich viele von zu Hause. VPN. Und versuchen sich da ihre Arbeitsumgebung so komfortabel wie möglich einzurichten. Für Jama. Normalerweise sind wir ja in unserem Beruf viel unterwegs. Und da spielt es jetzt nicht so die Riesenrolle, Marco. Aber wenn man jetzt immer am gleichen Ort ist, das kennen wir auch von unseren Kunden, dann spielt es schon eine größere Rolle. Und alle unsere Kunden haben das eigentlich auch. Und hängen sich da im Prinzip normalerweise jetzt zu Nicht-Corona-Zeiten, jeden Tag, wenn sie ins Büro kommen, hängen sie sich da auch jeden Tag rein. Und wenn sie abends rausgehen, dann hängen sie sich da wieder raus. Also wenn ich mitraten dürfte, würde ich sagen, Kaffeemaschine. Hängematte wäre ich jetzt gerade. Aber jetzt in den Corona-Phasen kann das schon sein, dass der ein oder andere Kollege das jetzt auch eben zu Hause hat. Weil damit geht halt einfach alles schneller. Wenn man sich da reinhängt, dann ist da plötzlich auch der Bildschirm dran. Dogging Station. Uh, sehr gut. Eine Minute 50 tatsächlich. Für den Begriff Dogging Station. Ja, es waren echt fiese Tabu-Begriffe dabei. Schreibtisch, Notebook, anschließend Laptop, Kabel. Also war nicht einfach. Wir haben uns Mühe gegeben. Also. Sehr schön. Wem muss ich jetzt was schicken? Ich glaube, du musst mir schicken, oder? Ja, oder? Wir hatten jetzt das letzte Mal. Alex rät, Eric erklärt. Ja, doch. Also, dann Eric erklärt, Alex rät. Das wird genauso schwer jetzt. Eigentlich gar nicht. Eric ist angekommen? Podcast. Ja, warte, 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 warte. Das ist ja auch so fies untergemischt. Ah! Hau die bitte reingemacht, ey. Okay. Ähm. Alex? Ja? Das absolut schwachsinnigste Produkt aus der Office 365 Reihe. Keine Sache. Was nur in den USA gehostet wird. Die Augen waren riesig. Oh, Mann. Ich dachte, er kennt sich aus. War das, wo viele Menschen zusammen an einem Thema arbeiten können. Ist das nicht Sway? Ich dachte, das wäre Sway. Nee, das ist so der Hauptsatz. Das ist Enterprise Storytelling. Was anderes? Blaues Logo mit einem Y. Ich sag dir, was kein Unternehmen auf dieser Welt braucht. Es gibt ein so... Ähm. Das war knapp der Nächste. Wenn du sowas nimmst wie Twitter und Instagram und sowas, was sind das? Jammer? Ist das nicht Jammer? Ja! Jammer! Perfekt! Deswegen ist er nicht draufgekommen, weil er Jammer sagt und nicht Jammer. Komm mal mit dem Y und mit dem J durcheinander. Das wird nur in den USA gehostet. Das stimmt eigentlich auch nicht. Ich nehme an, der Alex wusste das, dass es das seit kurzem auch in Europa gibt und ist deswegen natürlich nicht draufgekommen. Ach so, weil der Alex so top aktuell informiert ist. Als er mit Office 365 angefangen hat, dachte ich mir schon, oh Gott. Aber es gibt doch dieses, wie heißt denn dieses Tool? Na, Sway gibt es tatsächlich auch. Das ist doch das, wo du siehst quasi die... Powerpoint für Webseiten, sozusagen. Powerpoint für... Nee, das meine ich nicht. Es gibt doch irgendein Produkt, wo du siehst, woran deine Mitkollegen da arbeiten. Delph. Das meinte ich, ja. Delph, genau. Das ist auch Schwachsinn, aber... Das machen wir nächstes Jahr. Kurzer Zwischenstand, es steht 4-4. Okay. Alright. So, der Marco muss mir... Der Marco muss mir erklären. Ja, Marco hat seinen Begriff schon bekommen. Klar. Dann, total easy. Eckzimmer. Was sagt dir Eckzimmer? Hyatt. Hyatt. Oh boy. Ja. Und warum? Ignite. Genau. Lass mal gelten. Wow, der war richtig stark erklärt. Der war richtig gut erklärt. Insider, Insider. Den müsst ihr jetzt aber aufklären. Was hat das mit dem Eckzimmer und euch beiden auf sich? Ja, also der Alex war natürlich auf der Ignite letztes Jahr, als wir, und ich glaube der Erik auch, oder? War der nicht beide Speaker? Der hat aber kein Eckzimmer. Aber du hattest kein Eckzimmer. Der Alex hat sich natürlich ein Eckzimmer besorgt im Hyatt. Als Speaker darf man nämlich ins Hyatt gehen, direkt gegenüber vom Messegelände. Und da hatte der Alex ein sehr vornehmes Zimmer an der Ecke mit Glas rechts und Glas links. Und da war er sehr freigebig, weil das war ein zentraler Punkt. Und wenn wir immer irgendwo auf eine Party gegangen sind abends, Marco und ich, dann durften wir da unsere Taschen sozusagen. Ja, und Jan und Marco früher abgeschissen haben. Genau. Aber ich habe gelernt, dass das quasi auch dein Standardzimmer ist, dass du es wohl immer geschafft hast, ein Eckzimmer zu kriegen. Das war der Running Gag. Ja, aber auch nur, weil er die Rezeptionistin zu sich eingeladen hat. Das ist eine ließe Story. Keckniss. Aber habe ich euch das mal erzählt, dass ich tatsächlich mal mit einem Kumpel auf der Ignite im Hyatt in der Bar saß und er hat Tinder aufgemacht und hat sich da durchgewischt und hat tatsächlich die Rezeptionistin, bei der wir kurz vorher ausgecheckt haben, auf Tinder gefunden. Das war äußerst interessant. Nennen wir es einfach mal interessant. Das war aber nicht advanced gecheckt, es war eingecheckt. Oder eingecheckt. Advanced hunting. Sehr schön. Es steht, wie? Es steht 5-4 für uns momentan. Ihr seid eins hinterher. Wir können jetzt gleich ziehen. Wir können jetzt gleich ziehen, genau. Wir müssen jetzt was kriegen. Ich. Das ist Eric Rät, Alex erklärt. Das ist ganz einfach. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, der Alex ist echt benachteiligt. Wir waren bei dir ziemlich fies. Damit irgendwas kompensiert? Die Erklärung ist in den 5 Blockwords drin. Also du kannst dich nicht beschweren. Ich drücke mal hier auf Start und dann gucken wir mal, was der Alex da jetzt draus zaubert. Wollt ihr mir den Begriff auch schicken? Okay, also Podcast steht schon mal nicht drin. Sehr gut. Wir haben auf der Kneider einen Podcast gemacht. Zu welchen Themen, Eric? Azure Governance, Azure Management. Wir haben Azure Stack mal gemacht. Edge, wir hatten, was haben wir noch gemacht? Security-Themen hatten wir mal. Windows 10 hatten wir mal. Und der Manni da war. Der Manni, das war Azure Stack Hub, Azure Stack HCI. Ich glaube, der Alex hat dem Podcast nicht aufgepasst. Oder Azure Arc. Ah, there you go. Stimmt, Azure Arc war da auch dabei. Weißt du, wie ich es rausgefunden habe? Weißt du, wie ich es rausgefunden habe? Ich habe gerade auf mein Handout geguckt, was immer noch neben mir liegt von Manfred. Und da steht unten Azure Arc drauf. Also ich glaube, die meisten Begriffe, das finde ich schon auch interessant, die meisten Begriffe werden eigentlich anhand von Assoziationen, die man zusammen erlebt hat, irgendwie erklärt und jetzt weniger aufgrund von technischen Zusammenhängen oder sowas. Ich muss dir echt sagen, ich habe Azure Arc, ich habe also mehr als, was der Manni mir als Handout mitgegeben hat und was ich mal so, ich glaube, ich habe noch einen Webinar gerade mitgenommen, ansonsten bin ich komplett blank. Habt ihr da irgendwas zu gemacht, zu Azure Arc? Naja, es kommt jetzt ein bisschen wegen MDATP Onboarding auch von anderen Tenants oder sowas oder von anderen On-Premise-Infrastrukturen und so weiter. Aber erklär doch du mal kurz, Erik, was ist denn das genau? Naja, Azure Arc hat mittlerweile ein ganz schön, ja, ein kleines Wachstum hingelegt. Grundsätzlich war die Idee ja, über Azure hinaus Ressourcen verwalten zu können. Also ich heute im Azure-Portal meine VMs verwalte und meine Kubernetes-Cluster und meine Datenbanken. Hat Microsoft sich gesagt, wieso bringen wir dieses Management nicht überall hin? Das heißt, ich verwalte meine VMs, die in Amazon laufen oder in meiner lokalen Infrastruktur laufen mit den gleichen Mitteln, wie ich meine Azure VMs verwalte. Und das Gleiche ist eben auch die Idee für Datenbanken und auch für Kubernetes-Umgebung. Und das macht am Ende Azure Arc. Das, was quasi die Low-Hanging-Foods waren, waren im Prinzip die VMs, weil da badest du einfach einen Agent auf so eine VM drauf und schon kannst du die verwalten. Kubernetes und SQL sieht ein bisschen komplexer aus und es gibt da tatsächlich auch noch Ideen, das Ganze zu erweitern und noch weiter fortschreiten zu lassen. Also so Microsoft Azure als die Management-Plattform und andere Umgebungen als Ausführungsplattform. Das ist so der Kurzbeschrieb von Azure Arc. Das klingt nach einer Steilvorlage für euren ersten Podcast in 2021. Meinst du dann im November, oder was? Und Jan, ihr macht was damit über MDRTP? Nee, Kunden onboarden da teilweise Umgebungen aus der On-Premise-Welt Richtung MDRTP. Jan, bist du bereit für den nächsten Begriff, den Marco erraten muss? Auch rein. Der kommt vom Alex, nur um es mal zu sagen, ich war nicht so böse. Ich hoffe, das ist nicht der, den wir von der Liste gestrichen haben, sondern es ist mir das einfach zu erklären. Here we go. So, Marco, die Regenbogenfarbe im Zusammenhang mit unserer Industrie? Frauen? Gleichstellung? Ja, und jetzt im Englischen? Liberty? Was? Nein. Gleichstellung auf Englisch. Kann ich mir jemanden anrufen? Wie wäre es mit Jan? Ich glaube, es heißt nicht... Ruf Marco Equality. Equality? Verfinde den Olli an. Nee, ich glaube, es heißt nicht Gleichstellung, Marco. Es ist eher... Es geht eher darum... Equal Pay. Ja, eben gerade nicht... Ja, also es geht nicht um den Begriff gleich. Gender Gap. Sondern es geht eher um das Gegenteil von gleich. Ungleich. Unausgeglichen. Verstehst du... Zwei Minuten um. Ich meine... In einer Minute. Verstehst du, wenn jetzt irgendwie... Du hast fünf Rechner, die sehen alle gleich aus. Oder du hast eben fünf komplett andere Rechner. Dann kann man aber für dieses anders... Kann man aber auch... Unhomo gehen. Unhomo gehen. Ja, oder? Standard. Da gibt es einfach... Und? Katze? Maus? Das ist echt schwierig. Was könnte ich noch sagen? Also, du fällst der Begriff nicht ein, wie das im Englischen heißt eigentlich. Überhaupt nicht. Ja, aber man verwendet es eigentlich... Zehn Sekunden. Man verwendet es auch im Deutschen eigentlich. Vielfältigkeit. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Danke. Und vorbei. Diversity. Diversity. Ja, du Scheiße. Okay. Der war... Der war ein bisschen schwieriger. Ja. Ja. Und in solchen Metathemen sind wir gar nicht so gut. Wir sind mehr die Techniker. Wow. Das war ein ganz tiefer Diss. Deswegen haben sie auch hingeschrieben, Diversity in Tech. Damit es nicht so aufwendig ist. Aber ich sehe schon, wir hätten unseren ersten Begriff auch nehmen sollen, Marco. Meinst du? Meinst du? Wir können den ja nachher nochmal... Habt ihr den noch? Dann haut ihn raus. So, wer muss wohin? Ich glaube, wer muss raten? Ich glaube, ich muss erklären, oder? Er hat den Antrag erklärt. Genau. Ich muss jetzt erklären. Du musst erklären. Also genau, das ist jetzt hier. Ja, der ist, glaube ich, auch... Komm her, probieren wir das einfach mal. Probieren wir einfach mal. Wer erklärt? Erich erklärt? Sag, sag, sag. Ich stelle mir gerade vor, wie einer im Auto sitzt, sich diesen Podcast anfährt und sich denkt, hey, die Jungs sind so unkoordiniert. Ich habe hier 17 Fenster offen. Da hast du einen an der Waffe. Das sagt der Mann, der mir gerade hier Diversity um den Mund geworfen hat. Drück dich Stopp. Weil er da ausnahmsweise mal keinen Podcast drüber gemacht hat, kann ich ja nichts dafür. Okay, also wenn du etwas hören willst, dann nennt man das Fachwort dafür. Oder in einem Raum, wenn es komisch klingt, wie ist dann in dem Raum die? Echow, Schall. Akustik. Genau, das ist der erste Teil des Begrüßes. Und wenn ich einen Anhänger an ein Auto dran, was mache ich dann mit den beiden Sachen? Ankuppeln. Ja, ja, genau. Akustikkuppeln. 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 Ist schon sehr lange her. Es ist nur ein verbegriffen, Alex. Was? Akustik ist schon mal sehr gut. Ich glaube, Alex ist zu jung. Es ist nicht Kupplung, sondern du musst das Wort ein bisschen ummodeln, damit es richtig wird. Und es ist quasi derjenige, der es tut. Akustiker. Ja, nee. Der Akustiker. Akustikkuppeln. Okay, ja, das ist natürlich gut erklärt. Das ist ein bisschen wie ein Tabu für Kinder. Akustik. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erkläre. Akustik-Anhänger. Und man könnte es mal über die Funktion versuchen, Erik. Ich weiß nicht, was die Funktion ist. Echt nicht. Man muss ja auch sagen, der Erik ist ja noch jünger als der Alex. Ich wollte gerade sagen, ich bin der Jüngste in der Runde Kinder. Pass auf. Also nicht Kuppeln, sondern Dinge zusammen machen. Spricht doch mal über Pferde. Miteinander verbinden. Akustikbinder. Spricht doch mal über Pferde. Ihr geht das wirklich nicht. Ihr macht mich fertig, Erik. Ich habe keine Ahnung, wohin es geht. Ich glaube, es ist den, den du skippen dürft. Die Zeit ist durch. Ich helfe den aus. Der Akustik-Koppler. Jetzt helft mir bitte. Was soll das ein Akustik-Koppler? Das wusste ich natürlich. Aber erklär doch mal. Wir legen da mal einen Wikipedia-Link zu dabei. Nein, ich muss das schon erklärt haben, Kinder. Naja, der Akustik-Koppler war der Vorgänger von einem Modem, mit dem man sich sozusagen ins Internet eingewählt hat, über ein Telefon. Man hat im Prinzip den Telefonhörer von einem analogen Telefon hat man in so einen Akustik-Koppler reingekoppelt. Da hat er einen Namen vermutlich. Und dann wurden da so faxähnliche Geräusche übertragen und damit wurden im Prinzip Signale vermittelt. Damals im Krieg, oder nicht? In meiner Jugend. Also ich denke bitte, wir sind noch nicht Ende 40 wie hier. Ende 40 ist geil. Okay, aber der war gut. Wir sind, glaube ich, wieder im Gleichstand, oder? Ja, tatsächlich. Ja, das wird also quasi ein hartes Kopf am Kopf, wenn du das nach hinten. Ey, 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 ey. So, der nächste Begriff geht an Marco. Ich freue mich. Und du musst den Jan erklären. Ich glaube, mal gucken. Wir haben schon so oft gedacht, das ist zu einfach. Feuer frei. Also ich drücke mal hier noch auf Start. Jan, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine spezielle Gruppe im Office 365, die darf einfach alles. Was sind das für Typen? Globale Administratoren. Okay, damit haben wir den Administrator drin. Ihr arbeitet gerade für ein CSOC an einem Konzept, die globalen Admins quasi jetzt speziell zu behandeln, damit es noch sicherer wird. Da reden wir jetzt auch nicht über PIM oder sowas, sondern tatsächlich, es geht um Hardware. Und wie sieht da das Konzept aus? Eine Privileged Access Workstation. Genau. Und die sind quasi, wie nennt man das dann? Das ist dann eine Art? Was die Rechner, die Computer oder was? Genau. Das ist eine abgesicherte Rechner oder ein besonders geschützter Rechner. Mit einem Gummiseil von der Brücke springt. Wie nennt sich das? Bunchy Jumping. Genau, Jumping. Also nur mal sozusagen, springen ist schon ab an der Grenze, weil das, aber ist okay, mach weiter. Ja, ja, okay, ne, damit ist es eigentlich schon durch. Genau, also es geht um genau das, was du gerade gesagt hast und der Rechner, den du da hast, das ist jetzt genau so einer. Deswegen ist das der? Jumpbox. Genau, wenn wir früher bei der Hetzner haben wir was? Einen? Server. Genau, und der heißt auch? Jump-Server. Genau, der wird auch ein anderer Begriff für Server. Das ist, genau. Wenn Leute zu dir zu Besuch kommen und du gibst eine Party, dann bist du der? Host, Jump-Host. Ja, okay. Vielleicht konnte ich es damit wieder retten. Aber ja, mit dem Springen. Ich hätte bei Jumpbox normalerweise okay gesagt, aber für das Springen musst du es bis zu Ende erklären. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das heilt es wieder. Der Alex hat auch noch zwischenzeitlich angefangen, mich zu irritieren mit seinem tollen Teams. Jetzt muss Alex erklären, er regrett. Ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist richtig. Er regrett, Alex erklärt. Ganz kurz mal ein Zwischenstand. Wie sieht es denn aus? Wie viele Fragen haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt gerade die achte an euch geschickt gehabt. Also Jump-Host war Nummer acht. Wir haben noch zwei Begriffe. Jeder von euch muss noch einen. Also ihr dürft euch jetzt quasi aus euren verbleibenden Vieren sozusagen dann, oder? Wir machen einfach sequentiell weiter. Genau, macht einfach weiter. So, das heißt, der Alex kriegt von mir einen Begriff für Eric. Er ist tatsächlich fies, glaube ich, aber er macht das schon. Wie die anderen auch. Akustik-Koppler, sage ich nur. Soll ich die Stopp-Oschchen-Statten, Alex, oder brauchst du nur vier Stunden auf Wikipedia? Puh, der ist schwierig. Wir sprachen vorhin darüber, über Dinge, die ihr in der Firma anbietet. Erinnerst du dich? Ja. Sag mal so ein bisschen was. Sock, Managed Service, Hosting, Dienstleistung. Und wenn man jetzt so einen Managed Service anbietet, in dem Jargon, wie würde man dazu sagen? Für die Leute, die das dann betreiben. Operations. Genau, und jetzt sage ich mal, da gibt es ja in der Branche, gibt es dann nochmal Überlegungen, quasi das in unterschiedliche... DevOps. Nee, nee, nee. Schade. Bleib schon beim Operations, das war schon gut. Management. Das Team dann, was quasi den Kunden schützt. Security Operations Center. Genau, das ist das, was den Kunden schützt. Und jetzt gibt es ja immer auch davon noch den Counterpart. Das Network Operations Center. Nee, nee, die, die schützen, haben wir jetzt schon. Ach, Red Teaming oder was? Das Red Team, das... Das ist genau, perfekt. Sehr gut. Okay. Schön hingeleitet. Also basierend auf den Begriffen war das ein ganz schöner Seiltanz hier. Genau. Also ich hätte mir da nur zu helfen gewusst, dass ich irgendwas mit Grün erkläre und hoffe, dass der Jan auf Blau oder Rot kommt. Geil. Ja, aber für dich hast du gut gemacht, Alex. Ja, also... Ich dachte am Anfang, wo will er mit mir hin? Man muss ja auch sagen, die Tabu-Begriffe sind ja auch echt immer fies gewählt. Also jetzt in dem Fall hat man zum Beispiel Hacker, Attacke, Angriff, Pentest, Bluteam und Security. Also man muss sich da schon drumherum winden, irgendwie die nicht zu verwenden. Ja, wo wir gerade beim Thema drumherum winden sind, Jan. Hier kommt der nächste Begriff für dich. Der quasi auch alles verbietet zu sagen, was absolut zum Thema passen würde. Sehr gut. Unser vorletzter Begriff kommt hier. Ja, Marco, wenn du am Wochenende mit deiner Angel an den See gehst, dann machst du was? Fisch. Fischen. Ja, und jetzt überleg mal, was... Angeln, Sport. Nee, nee, das war schon richtig, was du gesagt hast. Ja, für mich. Jetzt musst du da nur noch einen technischen Begriff draus machen und verenglischen. Also Fishing, aber... Ja, also, kann man das auch schon. Sehr gut. Okay, Alex, wir müssen angeln und fische. Dass er Fishing mit F meint und wir Fishing mit P. Aber... Das war mir schon klar. Tatsächlich hatten wir, statt den CCC hatten wir ja auch einen anderen Begriff und eine der Optionen war tatsächlich Fisch mit P. Gutes, was wir das jetzt nicht genommen haben. Sehr schön. Super, so, das heißt, ich habe jetzt auch einen ganz tollen Begriff, der geht in die ähnliche Richtung oder ein ähnliches Feld. Also Alex rät, Eric erklärt, ne? Ja. So, let's go. Jetzt sehe ich nur drei Punkte. Schon raus. Du musst jetzt nur schnell googeln. Nee. Bei mir steht immer noch, dass du schreibst. Das steht ja, Sender. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah, jetzt ist es. Es ist angekommen, Marco. Das hat er glatt aufgelegt. Ich drücke mal hier auf Start. Okay. Auf deinem PC installierte Software. Das darf ich schon sagen, ne? Ja. Was ist das auf dem Rechner? Also. Take my money. Nein. Was mache ich denn mit, oder was? Fuck. Okay, wir fangen auch mal von vorne an. Also Alex, dass du noch nicht weißt, was es ist. Wenn du Software auf einem Rechner installierst, dann kannst du hinterher was starten? Eine Anwendung. Genau. Das englische Wort dafür? Program. Software. Das ist schon okay, wenn er. Die direkte Übersetzung ist okay. Application. Also Application haben wir schon mal. Wenn du jetzt aber eine Application hast, die da nicht hingehört, dann ist das eine. Unwanded Application. Genau. Unwanded Software. Ja, Unwanded Application ist schon gut. Und die ist aber nicht immer unwanted, sondern nur vermutlich. Dann gibt es da scheinbar ein Fangbegriff. Wenn ein Sportler zur Höchstleistung aufgrippt, dann erfüllt er sein höchstes Maximum. Nee, er entfaltet sein Capacity. Nee. Talent. Ein Sportler, der zur Höchsten ist. Naja, entfaltet doch endlich mal dein gesamtes Fähigkeit. Aber das, was du noch an Skill entwickeln könntest, ist dein Talent. Nee, was noch kommt, was noch fehlt. Was, habe ich schon? Nee, pst, hör auf. Zwischen, was du kannst und was du eigentlich könntest, hast du noch Ausstehendes? Ja, Potential Unwanded Application. Oh, drei Sekunden war noch, drei Sekunden. Sehr geil, sehr geil. Der hat mich geklickt gerade, wirklich. Bis ich den hatte gerade vom, das hat gedauert. Das ist die Fehlermeldung quasi, ne? Ja, ja, aha. Puh. Inzidentmeldung, ja, Pia. Hab ich gelernt, genau. Puh. Sehr schön. Weiß ich auch nur, weil ich mit dem Jan podcaste. Müssen wir da, müssen wir da was nachhören wieder? Könnt ihr uns eine Empfehlung ausschließen? Einfach mal bei chip.de ein bisschen rumklicken. Oh, ein Chip-Installer, hallo. Ja, es war übrigens tatsächlich chip.de als nicht erlaubter Begriff auch dabei, ne? Nochmal so. Das hat es jetzt nicht so einfach gemacht. Der Marco muss erklären, glaube ich, ne? Genau. Der Marco muss erklären. Ja, ich warte mal, ich habe zwei, vier, oh, wir haben aus Versehen sechs Begriffe als ein Block. Okay, jetzt haben wir nur noch fünf. Das ist quasi unser letzter Begriff an euch. Also gebt euch Mühe. Wie ist eigentlich der Stand? Wir haben immer noch Gleichstand, oder? Ja, 7,7. Puh, das war gerade knapp, Alex. Hätten gerade fast verloren. Ping, hier kommt der nächste Begriff. Das liebt der Kani. Das war das, was jeder Kunde am Anfang hatte, was uns bei jedem PowerShell-Skript zur Weißglut treibt. Das ist was? Das wollen... Für unseren Realm-Join, damit das sauber funktioniert, braucht das eine gute, ähm, genau. Internetverbindung. Genau, eine gute Internetverbindung. Und was steht uns immer im Weg? Der Proxy. Genau. Muss das den zweiten... Ja, ne? Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Proxy-Server. Proxy-Server. Well done. Sehr gut. So, das heißt, ich habe jetzt noch einen Begriff. Er regret. Alex erklärt. Alex, gib dir Mühe. Das ist jetzt... Ja, ich bin ganz aufgeregt. Das ist total easy. Also, um es noch vielleicht ein bisschen zu unterstreichen, Alex, es steht 8-7 für uns. Das heißt, wir müssen gleich ziehen, ansonsten haben wir ein Problem. Ja. Achso, ja, warte hier, ich drücke auf Start, ja. Du kennst doch, äh, Mimikatz, oder? Ja. Und was macht man mit Mimikatz immer? Äh, Passwort-Hashes auslösen. Mhm. Und wenn man das auf ein nächstes Level bringt, was gibt es anderes als die Passwort-Hashes? Kerberos-Token. Boah. Oder Golden Tickets. Kerberos drin. Es geht um Kerberos. Kerberos. Sehr gut. Ja, easy, Jungs. Ich dachte, ihr habt schwere Begriffe. Sie konnte ich ahnen, weißt du, der Alex ist so selten im Podcast, ich konnte sein Potenzial ja noch gar nicht wirklich wahrnehmen. Ja, okay, das ist ganz unterschätzt. Das stimmt. Ja, es ist tatsächlich 8-8 ausgegangen. Also, ähm, war eine sehr knappe Angelegenheit. Der Gerät hat uns einmal, äh, hat euch einmal einen Punkt gekostet und bei uns, was war's? Ich hab's schon noch vertraut. Ach, der Podcast, stimmt. Das war so gemeint. Nee, jeder, jeder hat ja zwei Fehler gemacht. Ach, was haben wir noch gemacht? Was haben wir noch falsch gemacht, Marco? Das stimmt. Was war's noch? War ich das alles? Ich mein Kurzzeitgedächtnis, weißt du? Wir hatten noch irgendeinen Begriff nicht erklärt. Ach, der Akustikkoppler. Stimmt, den hatten wir auch nicht. Ich bin sehr froh, dass wir... Ich war's, äh, die Diversity. Diversity hat auch... Ich hab zweimal verkackt. Ja, da kennt ihr euch einfach nicht so aus mit Diversity, ne? Das ist halt... Ich bin ja froh, dass wir nicht weitergemacht haben, weil der nächste Begriff wäre tatsächlich Hyatt gewesen. Das ist ja quasi jetzt eigentlich schon aufgelöst gewesen. Das würde was sagen, das wäre ja schon da gewesen. Da hätte ich einfach nochmal Eckzimmer gesagt. Nee, das steht da drinnen. Das steht da drinnen. Aber ich mein, Erik, ich hab mich gewundert, wo du schon angefangen hast, bei dem Akustikkoppler mit den Begriffen zu hantieren, dann wäre ich doch wenigstens Richtung Pferdekoppel und nicht Richtung Anhängerkoppelung gegangen. Ich hab echt überlegt, koppeln, koppeln, wie kannst du sowas koppeln? Okay, wenn du den Anhänger irgendwo dran machst, dann koppelst du Dinge. Aber weiter bin ich nicht gekommen, Geistes. Okay. Hat absolut Spaß gemacht, auf jeden Fall. War echt cool. Keine Ahnung, ob das auch Spaß macht, wenn man sich das anhört, ehrlich gesagt. Werden wir hoffentlich in den Kommentaren und den Feedback rausfinden. Genau. Oder auch nicht, weil die Leute nach drei Minuten abgeschaltet haben und sich gedacht dann, was zur Hölle. Also ich glaube, unser großer Vorteil ist ja, dass in den Shown uns klar herauskommt, dass der Alex beim Podcast dabei war. Das heißt, das wird jeder nutzen, um entsprechend reinzuhören. So selten, das kriegst du nicht jedes Mal. Nee, das ist schon richtig. Man muss sich ein bisschen rar machen, habe ich auch gelernt. So, und wir schneiden jetzt noch akustisch die Begriffe jeweils, die Ratebegriffe, an die richtige Stelle rein, dass die Zuhörer auch schon im Vorfeld wissen, um was es eigentlich geht. Ich glaube, das macht es dann auch ein bisschen interessanter. Genau. Und für die, die sich das Video anschauen, ihr kriegt es eingeblendet. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt es nichts anderes übrig, als fröhliche Weihnachten zu wünschen, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, bleibt alle zu Hause, irgendwie, so gut es geht. Ja, und dann hören wir uns zur 52. Folge im November, oder? Und zur 63. Genau. Schöne Grüße auch, den Herd ist in der Cloud. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.